Jo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 2 im Kampf gegen Carlo. Bam, wir versuchen uns, oder wir versuchen besser gesagt den Eckstein des Lichts wieder zurückzubekommen. Das sollte sich aber als kein allzu großes Problem herausstellen. So, das war's. Ich kann nicht mehr. So, wir hängen uns wieder an den Haken und ballern weiter, kräftig auf den Käfig ein. Bam, 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 bam. Bam, 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 das war's. Der einfachste Kampf, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Oh nein, wir werden Carlo daran hindern, auch nur irgendetwas zu machen. Ratze, fatze. Letzt Zora schnell einen Feind angreifen. Okay. Mal gucken, was es denn ist. Weiß ich jetzt auch nicht so auf Anhieb. Na 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 Na, 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 na. Was gibt's hier? Abilitamin. Okay. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Ja, den Stein, den kann man mal ruhig da hinten lassen. Der wird schon nicht geklaut. Dumm. High Potion. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie finde ich diese Welt lustig, aber irgendwie mag ich sie auch nicht. Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Treffen zweier Generation. Ja, jetzt dürfen wir Carlo verkloppen. Den echten Carlo. Tja, wirst du gleich sehen, was das soll. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, und der alte Carlo, der hilft uns ein bisschen dabei. Boah. Ganz richtig. Carlo hat eigentlich wieder nichts drauf. Genauso wie bei Herkules damals. He, he, he. Okay. Ah! Bam, 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 bam. Das Zehenwechsel, den können wir auch selber herbeib... Sag mal! Können wir... Können wir auch selber herbeibeschwören? Joaah. Warum nicht? Und weit... Oh! So, jetzt werde ich mich mal wieder verwandeln nach langer Zeit. Auch wenn man das hier eigentlich nicht so merkt. Außer von den Kombos. Ja, mach mal hin, ey. Bam, 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 bam. Oh, Mann! Bam, 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 bam. Nimm das, du! Oh, nein! Meine Drive-Fly ist schon aufgebraucht. Egal, aber Carlo ist gleich down. Boah. Aero-Heap. Ach, Mist. Oh, ja, komm her. Yeah! Bounce! Das war's. Soviel zu Carlo. Ein sehr einfacher Kampf, also... Ich glaube, der leichteste... Boss überhaupt. Von allen Welten. Sogar noch leichter wie bei Shan Yu. Schiebt ihr recht. Au, 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 au! Hm. Oh, cool! Ja, hau! Nur ab! Soviel! Ja, ich weiß. Die Tür ist versiegelt. Ja, ja, ja! Könnte mir mal jemand sagen, was hier los ist? Wer war dieser Typ überhaupt? Hallo, dieser Typ war's. Du war uns so zu kurz. Das ist ein Geheimnis. Geheimnis? Was für... Tja, schon gut. Entschuldigung, dass ich euch so viel Ärzte verratet habe. Ja, ich kann das Fluss jetzt zu der Höhle auswählen. Entsdank lasse ich euch mal mein Dampfschiff steuern. Das beste kleine Schiff auf dem Fluss. Na, was sagt ihr dazu? Mein Bootsjunge Miki hat sowieso Verschätung. Juhu! Schiff fahren, Schiff fahren, Schiff fahren! Ja, ja, der mal lasst es hinten gut gehen. Ist klar. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Carlo hier aus der Vergangenheit, der war mir... Der war mir lieber. Monochrom erhalten. Okay. Ein neues Schüsse-Schwert. Mal sehen, was es so drauf hat. Ich bitte, im Schloss ist alles wieder in Ordnung. Dann sollten wir zurückgehen. Karte, komm, 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 komm. Nö, 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 nö. Juhu, wir haben die Welt gerettet. Was Donut wohl wieder vorhatte, was der wohl wieder vorhatte. Mann, schlimmer Finger. Nee, lasst mal. Ist das Schloss jetzt wieder sicher? Vielen Dank für eure großartige Hilfe. Gut gemacht, Leute! Na, ihr drei, ihr habt euch unterwegs doch zu nichts hinreißen lassen. Der Tod ist dicht. Daisy! Ich bin wieder da! Daisy, musst du wissen, ist Donals Augenstern. Ach so. Donald, du hast schon wieder unsere Verabredung vergessen. Hoffentlich hast du diesmal eine gute Entschuldigung. Aber Daisy, ich... Ich weiß, dass du in wichtiger Sache unterwegs bist, aber du könntest dich schon hin und wieder melden. Pfiou! Ha, Donald? Ha, 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 ha! Ja, ich bin wieder da! Wo willst du denn hin? Ah, ja, ja! Donald! Ja, was zur Hölle? Der Eckstein des Lichts! Er reagiert! Und wieder öffnet sich ein Weg in eine neue Welt! Yay! Ja, zu der Sache, dass Donald sich nicht bei Daisy gemeldet hat. Ja, ähm... Das machen die Männer ja eigentlich nicht so gerne. Oder sie vergessen es ab und zu mal, sich bei ihren Freundinnen zu melden. Ja, ja. Das vergessen sie sehr gerne sogar. Ich weiß auch nicht, warum. Das liegt so in der Natur uns... Von uns Kerlen. Eine weitere Welt erledigt! Endlich! Easy Lion's Donald bitte noch für ein Weilchen, ja? Wirklich nur ein Weilchen? Ähm... Sicher. Was zur Hölle? Keine Sorge, Königin Mini, wir kommen bald wieder. Bitte sagt dem König, dass wir ihn noch immer suchen. Das werde ich. Bis bald! Passt auf euch auf! Jo, haut rein! Schloss Disney ist erledigt! Die Weisenform erhalten, yeah! Eine neue Verwandlungsform für Sora. Äh... Obwohl ich persönlich diese Form eigentlich nicht so gerne sehe... Äh... Nicht so gerne habe. Aber genau, passend zum Ende des Videos habe ich das Level erfolgreich beendet. Und zwei neue Welten haben sich aufgetan. Ja, und, äh, in Olympus hat sich etwas ereignet. Das heißt, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts 2!